Ja, bleibt sich gleich Können uns ja so absprechen Oh, das war ich jetzt nicht Keine Ahnung, ich wollte ein Pult auch machen, aber Ja gut, egal Dann schmeiß ich halt Story, Mann Schmeiß drauf, wie es umso schneller geht Also die beiden Gruppen Wolltest du, ne? Ich krieg den Ist das dann den da hier? Okay, let's go Mal schauen, wie hochgepäustert die werden Ich kicke den jetzt Hop, 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 hop Passt Jemand muss den anderen kicken, keine Ahnung Okay, ich vier Ich mach das orientieren Stimmt, wir haben ja noch eine Ahnung Okay, ich muss weg Ja, aber gut Ich kicke's, geil Oh, fuck Okay, ich geh wieder rein Stande hinten Tiller, übernimm bitte next von denen Von Anmark Die ballern Kann auch nicht Ich muss die kicken Ich kann jetzt noch einmal Knockbacken Okay, passt, passt Wir müssen auf jeden Fall mehr reden Wir haben extrem viele Kicks Und extrem viele Knockbacks Und auch extrem viele Stunts Einfach, einfach quatschen Ich fährt immer ein mit Also totenschädelkick next Tiller, bitte Tiller ist deiner Äh, warte Ich muss halt rein charge Und dann holen wir noch mehr Ich kann den nächsten Kann ich machen Ja, dann gehört der nächste dir Knapp Den nächsten mach ich dann Alles klar Nicht zu weit nach rechts Gruppe wär nicht schön Naja, wir haben sie Ich kicke den Die Bolzern sowieso nicht Ich hab vierte Kulons Für die nächste Gruppe Wollen wir Doppelpack spielen Ja, machen wir Die links Und die in der Mitte dann Oder die links Und rechts eventuell Ja Okay Ich kicke den Jemals dann Oder Teufel Oder sowas Ich mach das Röntchen Nice Ich werde gleich nochmal rein Kann noch nicht taunten Ich blind, wenn der Assassine oder so ein Fächer macht Läuft Ich kicke den Ja Tiller, bitte Next on the skull Kicken Ich blind da jetzt rein Ich kann nur das Ding, ja Kann jetzt nochmal kicken Ich kicke ihn Ja, nice Jetzt hab ich nichts mehr Wie sie kommen Kann diese Giftkling Könnt ihr bitte auch kicken Ich vier das Ja, ich Viert, ja Sehr schön Wir hatten da Äh, eine Dusche An im Hintergrund Dusche Was ist Dusche? Ich hör nichts Was gerade Dieses Rauschen Ich muss jetzt dann mal Flitzen gehen Ah, es geht noch Hup So, den Mesh bitte gleich Äh, was haben wir Schieben Stun Ist der Notch ready, Baka? Ja Lass sie aber hier Ganz hinter Ja, ähm Ja, dann Schieb den bitte Oder CT mal bitte X Mit Mit Schieb Ja Okay Ich pulse hinter Oh Sie sind heiß Auf dich, Digga Baller hier rein Ach, das sind ja alles Äh, non Gut, dass alles so lange lebt, Digga Ich hab jetzt auch Wecker ist er 22.15 Wecker, Digga In welcher Welt lebe ich, Digga Kriegen wir den Dicken rausgepullt Ich denke schon, ne Schauen wir mal Ah, okay Gut, da kommt nichts mit Fertig cool aus für den Next Group Ich hab auch wieder Inka Also wir können dann wieder ein bisschen mehr Gerne Also wollt ihr BigPull rechts, links, oder? Oh, wenn du möchtest Wenn ihr Damage-CDs habt, dann können wir das sicher machen Gut, auf geht's, kommt Alles schön rechts lang bitte nicht, links pullen Ich stun den, easy Ja, ich kann den zu Ja Oh, wunderbar Okay, du hast angesagt Schaut, schaut läuft Mach den Mac-Jockey nochmal ein bisschen runter Das war gleich Little Boss Okay, jetzt lässt er gleich Ja, der wird jetzt gleich richtig Na, hätt ihn vielleicht ein bisschen mehr fokussen müssen Ja, der haut halt richtig raus Der gibt ihm auch gute Kellen Ich stun den Also, dann gibt es in Ordnung Aber wenn ihr mal so ein Soll ich taunten und parry ziehen? Nein Nee, in Moin geht's noch Ich sag ja, wenn der Tankstar bekommt, ist es in Ordnung Wenn der Samilia bekommt, tut's weh Ich hab schon mal gesehen, Alter Guck, hier, bam Ich bin der Mage Chris Croft, Alter Mit 1% Leben oder so Ich hot mich mal selber noch hoch Okay, auf geht's Warte, ich stun den Okay, du machst, du machst Könnt ihr auf den gehen jetzt gleich, wenn er wieder kommt? Dass er nicht wieder so big ist Ja Geht das? Dann sind wir zu Ich würdest du aus den nächsten bitte von Skull Chris, Chris, was war das? Ich hab das und jetzt Däger Nex von Skullby, Teller Nex von Skullby, Raios Ich stun ihn hier an der Seite Nice Alles gut Ich desontier mal noch Schön Warte, ich hol ihn mir Ich krieg den Teller, bitte Nex von Skull Ach, der hört uns gar nicht, Digga, der ist doch gar nicht bei Mois Das lohnt sich Hast du ihn nicht ins Weiß geholt? Oh man Ab Na gut, die werden jetzt lustig Skull übernimmt Übernimm ich Er kickt dann an den Assassin auf seine Giftklinge Komm gleich Ich stun das, Stunt Ich führ den Ja Raus da Der ist so ein Thema noch? Okay, okay Soll wir direkt lassen pulsen oder müssen die Lades Ist Dann Dranical Ich glaub wir können am Anfang ziehen Was Ich geh mit euch wieder um die Bomben Raios und Co Aber ich würd eure Cooldowns ein bisschen verzögern Bis die Bälle kommen Naja Guck mal Warte, lass mich mal kurz rechnen Ja Direkt Blatt aus dem Nocte Ja bitte Jo passt Gut 3, 2, 1 Und auf geht's Ich nehm die beiden links Nicht davor stehen Achtung Okay, meine sind drin Ballert eure Damage today Nein, ich komm nicht ran Unlucky Neue Bomben, let's go Ich nehm die beiden links hier wieder Achtung, nicht davor stehen Kannst du die nochmal kicken, Conway? Ja, mach ich Ab Nice Ich liebe die Execute-Fase, Digga Eine Taste drücken Das ist meine Enter-Taste Nice Enter-Taste Ich wollte gerade auch sagen Was bindest du denn auf die Enter-Taste? Mein Mein Execute, Bro Was? Okay Oh, noch nicht gehört Ah, das war neben Lass ihn jetzt stehen Scheiße Ja, ich halte auf die Bomben Okay, schön Lass mal Double-Pack auf der linken Seite machen, bitte Haben wir da einen Infested? Ne, haben wir nicht Doch, doch, da ist ein Doch, einen Achso, linke Seite wolltest Genau X schieb, bitte Achso, achso Ja, dann mach ich einfach links und rechts Links und rechts die ersten beiden Packs Okay Ich zieh sie raus Wartet mit dem Draufhorn Bis sie hinten sind Ja Und kick die Rocklands Ja, ja, ja Die machen böse Damage auf den Tank Hast du ein Sec? War es Short? Ne Müsst du den Eintornten, Bro, bitte Ja, ich hab Jetzt, jetzt, jetzt Hab, hab Ich hab noch beide Walls Aber ich, ich save die lieber mal Falls es mal wirklich eng wird Mhm Schön, ob du den Infested dann wieder weg Können die ihr Range kicken? Ja, wunderbar Ja Ich will das rauschen Ist mega weird Wieder schieben, bitte X Pullen wir beide Packs Ah, okay Hast du cool aus dafür? Hm, hab ich Ja Ich zieh sie, ich zieh sie rüber Mal gucken Aber da sind die Rocklands Dabei, ne Hier die Ich leg auch kurz Den, den es da nicht Okay, dafür hab ich nichts Und wär gut Und wär gut, wenn ihr die Rocklands Typen nicht als letztes Leben lässt Okay Ich hol mir jetzt die Acker wieder Moment, Moment Ich Passt Agro ist kein Problem, Digga Ich hab Bob Ja, ja, ich jetzt gräse wieder alle Ich hab Wall-Up Ich lauf mal ein bisschen Raus da, die explodieren Nicht drin stehen Ja, warte mal, ich Du sie mal wegkicken Ah, ich hasse euch Diese kacken Mobs Ich vier den, dein Shit Ich kick next on the skull Äh, wir dürfen nicht bolstern Da links, ne Den Gahun-Typen Du hast ein bisschen auf Ah, fuck it Ja, da war die Rocklands Ich bin safe Ich lauf schnell ran Ich halte die ein bisschen nach hinten Das Erdschild noch kicken Ah, der eine kommt raus Der eine kommt raus Ja, ich Bitte zu 10 Bitte zu 10 Ich hab ihn gestand Ich hab ihn gestand Ich hab ihn gestand Ich hab ihn gestand Okay, wir müssen jetzt Wechseln Der Ich kick den Ja, ja Ich lauf nach ganz nach hinten Ich lauf ganz nach hinten Wow, ich hab mal komm Der Der zieht halt das Erdschild durch Als Erdschild Halb so wild Diese Steinen Steinscheiß muss halt kicken Ja, sie heint sich halt wieder gut hoch damit Das ist die Kacke Ja Ich kick den Ich kann halt nicht draufhauen Sonst haue ich den anderen raus Ja, jetzt wartet noch Erdschild noch ein bisschen weiter Dann stecken wir zumindest nicht Ich hab keinen Kick, da will ich es dann lass Scheiß auf die Zweimal Ist nicht so schlimm Ja Die sind halt da Okay, lass ihn hier Ja, eins hat er zwei Ich kicke nicht wieder Ich kicke nicht wieder Nichts von X gehört mehr Okay, da macht man nicht mal das raus Kennt ja Hahns noch Ja, ich kicke nicht noch Ich hab die Claudia Und die Rechten killer mit Wie viele Als sie alle zusammenziehen Sag am�ר Hat er einen karte So lange Ja So die patrouille soll noch ballern das mal ich habe jetzt noch keine die hat das hier aber dabei ja auch schon drauf machen halt einfach richtig gut ich kicke das noch nicht hier noch mal achtung dass du es halt ist dann die stein lanzer fokusturnschild hier lassen wir die kleinen holen die sind nicht gelehnt mit dem großen machen was sie wollen der gar die machen was sie wollen ja ich hasse carster ich krieg hier ersten und zweitens dann nicht dann könnt durch ballern nichts ist dann nicht kommt ja ist dann das ja uns noch ja diesen wieder nicht mit den kleinen die kann sich direkt zusammen ich für den ersten schritt von den das haben wir das orientiert vom tank ja ja ich mache genauso dann mache ich dann das da oben ist das ätzendste pack einfach cd sc aber wir haben keine schön die erste am besten zuerst töten oder nicht und liefen entstehen wäre schlecht wenn die als letztes noch leben weil dann tut diese rockland ganz schön gut gehen ja allein daran was einfach mit ihnen ist dann den für den anderen was sagt nicht verdrängen vorricht ich lauf schon aus finalen vorricht dann den anderen Halt den Taskmask noch ein bisschen runter Achtung nicht der Forscher Jetzt komm wir gehen alle Melee und ballern die Erzler weg Dann ist GG sowieso kein Tyranical Das heißt easy going Wunderbar Den ersten kann man blinding lighten, den zweiten vom drüben Tank bitte Also die Kals von denen Okay Gut, 3, 2, 1 und auf geht's Eine Melee bitte Frontal Stun nicht davor stehen, Vorsicht So, go Klass schnell die jetzt weg Und go blinding light Schön, Truide, du bist denn nichts, bitte Vogelst dir jetzt bitte, die sind empowered Ich muss jetzt, ich kann jetzt halt nur mit einem Knockback machen, weil ich noch Cooldown hab Ja Was, wie ist denn eh, bist du Nicht davor stehen, pass auf Nicht davor stehen Na gut, bis dann sind sie eh down Ab, wall up Sehr schön GG Vorhinterstand, Achtung Sauber Vorhinterstand, Achtung Frontal 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 Macht halt auch überhaupt keinen Schaden, dieser Frontal, ne? Ja, es sand dich halt Wo wollt ihr denn lang? Links, Mitte, rechts Irgendwann links Okay, also die Kleinen wollt ihr machen, oder? Erstmal die Ähm Ja, pass auf Ja Ich stun den Schick den Den einen wollen wir nicht pullen Der da Geht mal auf die Elite da Bladestorm, Digga, das muss man bei Bladestorm sagen Nein, kein Bladestorm Schick den Wer hat, wer hat den Krieger? Ich in die Gruppe in Weid, Digga Ich, äh, Feeder Schick das Schick das Ich save mein Kick Der kommt nicht durch Diese Magic Typen, die nutzen mich hier echt Das ist Ja, das ist Holster Ring halt, ne? Holster Ring halt, ne? Ja, aber auch schon ohne, äh, die, weiß ich nicht Da kann ich halt nicht viel machen als Street Tank Die auf mich casten Du kannst jetzt gar keinen Tank gegen los machen Danke Wie ist das? Puh 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 heute die kleine die müssen wir machen der entfeste kommt gerade durch die mitte würde ich sagen lassen wir ja geradeaus durchgehen und den master meint einfach nicht dazu wollen genau nicht wahrscheinlich müssen wir aber eine von den parts machen was man den davor machen ich habe den ein geschiebt hinter uns geschiebt ist mit dem mann ist mit dem jetzt entfällt oder wie nein nein der kommt man schiebt nicht hin wie ist dann die gar nicht kann man nicht ja du kannst doch gar nichts machen wer durchzieht auf dich nur gegen heim soll die frage wollte die gruppe mit einem festeten machen oder wollte versuchen die links zu machen aber da haben wir halt noch die part mit dabei wir machen die mit den festen wir schieben eine feste dann holen wir die alle nach hinten zu uns nirgarten auch weiterlich so was bei dir Ok, ich poste ran Nice, Kick auf Range, Mitch Schön, wollt ihr noch weiter zurück ein bisschen? Ist dann den? So ist das denk ich mal in Ordnung, vielleicht nur ein Stück zurück Ja, ja, wenn wir müssen, dann müssen wir noch mal kicken, weil sonst kommen sie nicht Taifun die mal nach hinten bitte Geh mal nach hier, wo der Krieger ist und Taifun die mal hinten Nice Das ist gut Ich bleibe rein Ich muss mal echt ein bisschen aufpassen, rechts, links Ich krieg den Raios Next, Kick bitte Tela Next, Kick bitte Dann gehen wir normal hinten den Weg hoch Machen wir noch die Prozente da zu Ende oder willst du hier machen? Mir ist egal Eigentlich 70%, 30 müsstest du eigentlich noch hinten noch kriegen Kriegst du, ja, aber du kannst die auch Death skippen Und dann machst du alle Prozent hier vorne Sag halt, wenn ich ballern kann, ja, ich chill noch ein bisschen Ja, ja, du kannst, du kannst, du kannst Wall is up Diese Glaser-Typen Ballern rein, ne? Shout läuft, shout läuft Ich ziehe auf Parry, scheiß drauf Besser wie zu sterben Ich vier das War ein gutes Parry Fokus mal, Totenschädel bitte ein bisschen Ich krieg das Ja, wenn so, wie, so, diese Strahle Sind so geil, wenn ich Sack up hab, ne? Da kommt so wenig Schaden an rein Für die nächsten gebe ich dir vielleicht ein Dings, wenn es ein Moff Mhm Schau mal, ob ich die eine, eine Wall Okay, ja, ich save mir die Wall, ne? Das hat meine ganze Aktiv-Medication nicht Wo, wo willst du lassen? Hier oder Last? Ich sag hier oder kann der Oli Paller mitballern Lass aber hier lassen Lass mich noch einmal ein bisschen safe noch Mana kriegen Ja Jo Passt 2, 2, 1 Kampfreich Kampfreich, bitte, ja Sofort Let's go Koppel haben jetzt noch alle in Midi-Range Da müsst ihr nicht so krass moving Nur ein, nur ein Schritt so Und dann links, rechts Ich dachte, Baccaras, jetzt riech ich hier aus Ich hab keine Wings Ich hab keine Wings Hab ich gerade bei der Ich hab keine Gruppe verbraucht Ich muss mal gleich schauen, dass wir es frei brüffen das Zeug Achtung Sicherheit geht vor, pass auf Sicherheit geht vor, Digga Naja, jetzt haben wir wieder Platz Was? Wow Wow Jetzt gibt es ein bisschen Baden Ich bin wieder ein bisschen ran, das können wir dann gleich wieder wegbrüffen Ach man Nicht davor stehen, Vorsicht Ich komm, ich zieh ihn raus hier Das ist Ich nehm mal ein Gesu Genau Genau Ah, keine Wings Sonst hätte ich wirklich ballern können Alles gut Alles gut, Bro Kein Stress Ich hab keine Wings gewonnen Dann ist er ein bisschen kleiner geworden Das hat sich so anders überlegt Ich wollte mir gleich einen Jogtail holen, ne? Oh man Lol Die Bombe, die er spawnen gelassen hat Hat die einen Bolstering-Stack gegeben Auch nicht schlecht, oder? Nein, nein, nein Oh mein Gott Und du hast die nächste Bombe, die er spawnen lässt Und aber Ah Ach, wenn die explodiert, bekommt er nichts Ne Das ist ja dumm Dann komm ich da einfach rein Das ist ja richtig dumm Okay Besser als wenn wir da Bolstering kriegen Ja Das reicht Machen gleich einen Deathrun, ne? Oh Bye, bye, bye Also Achso, okay, ihr wollt komplett durchrennen Und dann Battle Redzen, oder was? Ja, aber wir haben halt Zu wenig Prozente, ne? Wir machen unsere Prozente voll und dann machen wir das Ich glaub, wenn wir die Prozente Wenn wir besogen sind, haben wir unsere Prozente voll Wollt grad sagen Wir haben hier wieder einen Ich glaub nicht, dass wir noch 4 skippen können Ja Ne, ne, noch 20 Hier wieder den einen C10 Sure, Bro C10 bitte den nicht in Ne, ne, den anderen Ah, scheiße Hätt ich nicht gesagt, dann holen wir die Beide entfesteten Weißt du Links und rechts Ja Eigei 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 Eigei, jetzt hat der auch Hälfte Leben Scheiß drauf Ja Aber ich glaub den einen entfesteten Du brauchst gar nicht, du kannst ja rechts vorbei gehen Ach komm Knapp Ich roll auf in die Bombe Ich roll auf in die Bombe Ich lauf mal in die andere hier rein Ich lauf mal in die andere hier rein So, so, es haut ganz gut rein Also trotzdem ist der gekriegt Ja, lass mich immer mal rein, wenn du fahren müsst Jo, kannst du mal Oder wenn du willst, kannst du auch einen auf Nö, ich streite mich darin nicht rum Hier die Gahuns noch, Leute Bei uns Nice Typhoon Du kannst die eigentlich auch Ach du um Miner Warte, oh, du kannst die eigentlich auch immer im Pack killen, wenn du einen richtigen Moment Typhoons oder halt Dings Desorientiers oder so Dürfen ja bloß den Cast nicht durchkriegen Ja Aber ist ein bisschen tricky Immer noch 15%, ich glaube wir können echt komplett durchlaufen Ja Ich hab gleich erst taunt Jetzt Die Gruppe vor dem Vor dem letzten Boss Ich 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 krieg next on Skye Junge Ich würd sagen wir spielen noch den einen großen und die zwei rechts Trigger die Bombe Und dann die letzte Gruppe da und dann sind wir voll Ja Du kannst jetzt eh hier den 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 hier noch spielen und die zwei dahinter und dann noch die letzte Gruppe Ja, brauchen wir ja gar nicht nen Deathrun zu machen Nö Ich geh in die Gremine Hat doch wieder nen Stack gekriegt, das ist so dumm, keine Ahnung Ja, jetzt hat den auch gebolstert Oh fuck man Die Die Neutralen hier stacken nicht mehr Aber die Bomben hier stacken Das ist halt irgendwie dumm, keine Ahnung Ich hab schon gedacht Blizzard hat diesmal gut gemacht Digga Blizzard und gut Pass nicht in den Einsatz Oh Ja, leider Das geht nicht Pass auf, links ist ne Bombe Ja, wir haben wieder einen Infesteten da oben Ja, einfach Kann's auch beide nehmen Dann killen wir halt den Infesteten zuerst Ja, genau Achtung, Bombe kommt Schöne Nova La Bomba La Bomba La Bomba Passt auf, nicht den großen holen Ja Ganz ehrlich, die sehen die war damals scheiße irgendwie, aber jetzt find ich die ganz cool, ja Nice iPhone Was haben wir denn Ja, nach dem sind wir bei 93 Ben, ich weiß nicht, ob die das noch geben da oben Die geben genug Was haben wir denn Zwei, acht Eins, zwei Eins, zwei Hm Ja, die Bomben vielleicht noch Meinst du die geben genug, Bro? Doch, ich glaub schon Ich nehm die Bombe hier noch mit, dann lauf ich rein Mach schon beim Tank 50% Lifehack Ah, ich hab jetzt mal gewaalt, Pre-Vault Ja, das ist echt krass Was du da kriegst Ja, beim Tank, Digga Ich glaub, das ist aber kein Melee-Shade, was du kriegst, das ist, denk ich mal, Fire-Damage Bitte? Du kriegst die A als... Versuchst die den großen noch ein bisschen runterzuklappen, bevor er die anderen töte Ich bin nur auf den großen Kick das Wir müssen dieses Repairieren kicken, wie er seitdem einmal Obger-Held-Shout läuft Roll up Fokus, geil bitte Was ist denn den? Wir haben noch ne Bombe hinten Okay, passt jetzt, kann ich mich nicht lieben Ich hab jetzt nichts mehr Ich muss jetzt mal knockbacken Oh, das muss doch fliegen Ja, mach ruhig Unlucky Ja, ja Ja, das geht, das geht mit der Bombe Warte, ich zieh die ein bisschen weg, wenn wir die machen, dann haben wir's glaub ich Ja, killt die Bombe, killt die Bombe, killt die Bombe Das gibt Ja, passt Boss jetzt noch Wir ziehen dann los nach, nach der Phase Okay, wir müssen hin machen Gut, 3, 2, 1, auf geht's Let's go Ja, dann hab ich auch meine Damaged CDs, das ist sehr gut Was? Achtung, Kettlingang Auf, aufpassen, 300 Schuss pro Minute Hi, bei AK47 Ich hab den Switch Ein richtiger Content-Vergensix-Profi hier Ah, hier müssen wir weg Achtung, Kettlingang wieder Achtung, oh, 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 damn Na ja, sag ja Wo, 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 wo Man sieht das an den Köpfen immer, die nach außen fliegen, wo Safe-Spot ist Am besten, du ziehst den Boss mit meiner Hände, gell? Ja, ja, das hab ich auch grad versucht, aber der Casted halt immer jetzt ist hier wieder Achso, warte mal, sie switchen grad Ja Wo ist der Safe-Spot? Ne, hier in der Mitte ist Hier, wo wir jetzt sind Kettlingang, Vorsicht Ich hab grad meinen Parry raus, ne, Bacca Also, ich hab nichts mehr Ja, ja Musste, sonst wär ich tot Oh, fuck Das war richtig halb gerade Let's go Okay, auf die Ads, schön jetzt kicken Beziehungsweise, einfach drauf Geigen Ne Nein, alles Leid All the time you said you never do Ich bin der Walton wegen Einschlag Ich hab jetzt auch meine Wings schon gezogen, anderthalb Nice, wir können gleich Lastballern Hier hinten ist der Letzte Ja, ich freu hin Huh, das war knapp Reicht das noch? NEIN Hat das jetzt nicht gereicht? Bitte Dabei Jawohl Schön, unser Kampfrausch gleich Let's go Und klatschen um Sagen wir dann noch eine Minute? Ja, das müsste reichen Ähm, hier müssen wir auf jeden Fall raus Sting Rocket Uff, schaut läuft Achtung Maschine Das hab ich dir gesagt, wir müssen raus Maschine ist da Ja Ah, schön gespielt Wait Let's continue Das hab ich nicht gesehen Digga, das gibt Minus DKP hier Digger, das gibt Minus DKP hier, ja Oh, Crisscross Letzte Sekunde wird mein Troll Racial ready Knappe Küsse Knappe Küsse Ah, Digga, alles geplant Auf die Sekunde Nehmt meine Waffe an Das schickes 3,70 3,70 Komm, jetzt gibt es Rezept hier Ah, wieder gar nix Bäh Ach ja, schön Bäh Bäh Also bist du Die Bäh 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 Bäh